Luke nicht afkar sein. Hallo, hallo. Oh, Jay Fischi. Ich bin auf das Feld raufgejumpft, in dem Moment kam dieser Propeller auf mich in den Arsch. Ora. Luke ist auch raus. Nein. Man springt auf das Feld und in dem Moment. Scheiße, weißt du es? Ja, bei mir, bei mir, bei mir. Oh, doch nicht. Das ist halt crazy, ne? Oh, doch nicht. Ich bin hellseher bei sowas, guck mal, guck mal, guck mal. Oha. Okay, der wackelt nicht. Der wackelt doch. Okay, fuck. Ich bin drinnen. Ich bin der Erste, Digga. Ich war so der Erste. Jonas, wir haben uns reinschieben lassen. Ja, ja, war so gut. Nehmt ihn da in der Mitte, in der Mitte, genau. Ja, jetzt geht's. Finale, 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 komm, komm, komm. Wir können nicht sechsmal in Folge. Einmal vielleicht keine Arschfinale, vielleicht. Bitte. Bitte, gutes Spiel, Digga. Oh mein Gott, es gibt's doch in Squats. Weggeheckt. Es gibt's doch in Squats. Ich war immer sehr OP da drin, aber ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Ja, dann hab ich's, Jungs. Oh mein Gott, die Dose, die Dose. Nein! Die Dose. Ist bei mir noch einer, guck mal um mich rum. Nein, nein. Ja, ja, dahinten, dahinten. Direkt unter dir. Aber er ist der Einzige. Der hat auch mehr Bereich als du, leider. Gut. Jetzt, jetzt, runter, jetzt runter. Jetzt hat er dich entdeckt. Nein. Nein, gut. Hab ich doch, Jungs. Hab ich doch. Nein, Siree! Hab ich doch. Nein, da ist noch einer. Wie hat der... Ja. Nein, der hat mehr. Oh. Schere, Schere, Schere. Alles gut, Jascha. Wir regeln das. Okay, wir regeln das doch nicht. Aber gefühlt sind das doch auch Bot-Lobbys hier. Ja, warum fahrt Krankenmänner die ganze Zeit? Ja, moin. Das sind alles fünfjährige, die zocken die ganze Zeit, deswegen können die da so gut, die Mechanics sind so besser. Aber wir sind im Kopf weiter. Nicht schon wieder. Jungs, wir müssen jetzt bitte gewinnen, okay? Ich kann das nicht mehr tanken, ja. Wir sind jetzt über zwei Stunden hierbei. Alter, nein. Nein. Wir müssen einfach so langem möglich zu viert leben. Wenn wir da alle rausfliegen, ist egal, aber am Anfang, wo wir alle leben, das ist die wichtige Zeit. Also das gerade mit mir ist wichtig? Ich generiere Punkte. Hat er nur gesagt, damit würde ich auch wichtig. Jetzt generiert er nicht mehr Punkte, ich glaube, er ist gerade ausgeschieden. Guck mal, jetzt ist der erste Kick nach raus, sondern das heißt, er ist der erste Titel. Sci-Fax. Jetzt verlieren wir auch den Anschluss, deswegen ist Sci-Fax. Hört mir zu. Jetzt kommt die Ansprache. Jetzt kommt die Ansprache, die Motivationsansprache. Deutschland fliegt in der EM raus, also reißt euch an den Eiern jetzt. Ganz ehrlich, Jungs, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir sind seit zwei Stunden dabei, hier auf die Presse zu fliegen, auf die Presse zu fliegen. Finale, ewiger Zweiter, Finale, ewiger Zweiter, Finale, ewiger Zweiter. Die Dose performt, das Hühnchen performt, der Pinke performt, der Schwarze performt. Und das jetzt diese Runde, Jungs. Also, auf geht's. Kopf an, Mindset an und alles andere ausschalten, ausblenden. Wir können das Ding hier gewinnen. Jeder spielt für sich, aber als Team, wenn es darauf ankommt. Auf geht's. Ich hab gegriebt, ich bin raus. Hölle, nein. Banane, Orange, Kirsche, Traube. Banane, Orange, Kirsche, Traube. Wo ist die Traube? Drei schon, Jungs, macht mal was. Ja, würde ich gerne, ist ja aber nicht hier. Ist ja irgendwie nicht. Komm, noch ein. Mann, Bruder, das ist halt so ein Witz. Komm, noch ein. Irgendwer von uns macht keine Punkte irgendwie. Ja, ich, Digga, weil alle mir die klauen gerade hier. Mann, das ist das, was ich gesagt habe. Jeder spielt für sich, aber wir carryen uns auch als Team. Und das haben wir gerade perfekt gesehen, Jungs. Das war halt im Kopf. Okay, Jungs, besser wird's nicht. Das wird jetzt unsere Runde. Finale, let's go. Der scheiß Hühnchen-Typ, ne? Der scheiß Hühnchen-Typ. Das Spiel ist egal. Wir sind denen im Kopf überlegen. Schalten wir ab oder bleiben wir drin? Ist die Hex-Rolle. Ich kriege gerade diese Motivationsrede vorm Saufen. Wie viele Motivationsreden schwinge ich eigentlich? Zu viele. Digga, das Hühnchen. Das sprintet einfach über alles Rübele. Fabian, bitte bleib ein bisschen noch bei dir drin. Ja, ja, alles gut. Lass dich da rauf. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber ich habe einen mitgenommen. Ich habe einen mitgenommen. Wir haben es. Ich bin oben. Ich bin oben. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt bin ich vorbei. Ich habe da oben gechillt, ne? Erste Runde. First Strike. First Strike gewonnen. Wie heißt das, wenn wir in der Runde zählst, go? Hölle, nein. Das häng ich nicht mehr. Nein, lass doch mal eine Runde hier gewinnen. Back to back. Nee, Bruder. Der Wille ist nicht mehr da. Nein, auf gar keinen Fall. Der Wille ist. So lange bin ich, wir verlieren das nächste Mal. Der Wille ist nicht mehr da. Der Wille ist nicht mehr da.